Okay, nun gehen wir nirgendwo mehr hin. Ich verurteile Sie zu drei Monaten Hausarrest, Mr. Brankt. Grün bedeutet alles klar, Sie sind im sicheren Bereich. Wenn's rot blinkt, haben Sie zehn Sekunden wieder nach grün zu kommen. Ansonsten... Ronny, ich muss dir was zeigen, das ist Reality ohne TV. Wer ist das? Ich weiß es nicht. Oh Gott! Nein. Hi. Irgendwas Interessantes da draußen? Äh, Mrs. Pilsch. Jeden Donnerstag geht sie zum Tennis. Dann kommt sofort Mr. Pilsch von der Arbeit. Das ist die Haushaltshilfe. Ah, wie eklig. Wo bleiben der Kaffee und die Donuts? Du kannst keinen ausspionieren ohne Kaffee und Donuts. Oh, das ist ja unheimlich. Was hast du gesehen? Rote Spritzer. Blut? Ich weiß nicht. So was kann nur hier passieren. Danke für eine interessante Nacht. Ich schätze, weiter gehst du nicht. Ich komm auf dich zurück. Wie viele andere perfekte kleine Häuser beherbergen, wohl total abgedrehte Geheimnisse. Moment mal. Auf den Boden. Aber da entführt und tötet einer Leute. Schon gut, das reicht. Komm schon. Es ist ein Wunder, dass sie dich nicht mitgenommen haben. Keiner glaubt mir. Ich weiß, was ich gesehen habe. Als das Haus gebaut wurde, waren der Hauptteil und die Garage nicht verbunden. Wozu sollte er das brauchen? Das Bild ist unterwegs. Der versteckt was, das wissen wir. Und er weiß, dass wir das wissen. Oh mein Gott. Ronny, wir müssen sehen, was er in der Garage hat. Hier ist irgendwas voll vorn. Hilf mir. Du bist nicht der Einzige, der hier beobachtet. Komm! Ron? Du bist nicht der Einzige, der hier beobachtet.